Es war einmal ein kleiner Bär und er lebte in einem Wald. Er spielte gerne mit den Tieren des Waldes, aber heute fand er niemanden zum Spielen. Der kleine Bär lief durch den Wald und ihm war schrecklich langweilig. Ab jetzt bin ich auf der Suche nach einem Abenteuer. Der kleine Bär lief durch den Wald. An den schönsten Ort, in die Welt so groß und weit, es ist die Abenteuerzeit. Schaut den Bär an, schaut den Bär, der kleine Bär, der freut sich sehr. Schaut den Bär an, schaut den Bär, der freut sich so sehr. Zusammen finden wir ganz bestimmt ein Abenteuer. Schaut den Bär, der freut sich so sehr. Ein Freund, der mit dir immer geht, in Kummer und Trauer versteht. Ein Freund, der dir immer gefällt, das ist ja das Schönste der Welt. Du und ich und wir zusammen, wir durchqueren Ozeane. Gib mir Pfote, schlage ein, so muss eine Freundschaft sein. Untertitelung des ZDF, 2020 Fliegen über Bach und Wiese, über Wald und Feld, bringen sehr viel Freude allen, dass es uns gefällt. Schmetterlinge, Schmetterlinge, schlafen sich im Wind. Schmetterlinge, Schmetterlinge, Reisezeit beginnt. Und was machen die Biber? Schmetterlinge, Pfeiden des ZDF, 2020 Musik Die Spinne spinnt, der Vogel singt, es juckt die Laus, die Schnecke hat ein Haus. Der Tiger jagt, die Katze mehrt, piep sagt die Maus, der Biber baut ein Haus. Die Biber bauen einen Dampf, das heißt ein Biberdampf. Die Biber bauen mit Verstand, dafür sind sie bekannt. Die Spinne spinnt, der Vogel singt die Maus. Musik Wir wünschen euch noch viele Abenteuer. Musik 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 Ich möchte so gern reisen, über Füße schwimmen. Musik 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 Komm mit uns ins Abenteuerland! Vielen Dank für's Zuschauen!